Hallo und Grüße aus Mönnigkirchen. Ich bin Flatterbeier und heute geht's von Mönnigkirchen aus auf den Niederwechseln. Auf eine Natur, die man normalerweise so nett macht, nämlich vor dem nahenden Unwetter. Schauen wir mal, ob sich das heute ausgehen wird. Noch ist schön, windig ist. Ansonsten herrscht nichts mehr von uns. Ja, wir werden unseren Untergang jedenfalls filmisch festhalten. Der Rastexperte spricht. Ja, da können wir den ersten Rast machen, dritten die zweite und da hinten die dritte. Da muss er die Energie immer einteilen. Mönnigkirchener Schweigen, Haller Haus. 32 Minuten ist aber arg spezifisch, oder? Das machen wir so. Quellschutzgebiet. Was ist man da tatsächlich? Aha, ich verstehe. Siehst du da hinten die Erhebung? Da geht's rauf. So sehen wir es mal? Ja. Ja, ich hoffe. Beste Zattel. Sehr günstig. Na gut, dann gehen wir da, oder? Ja. Ja, da muss ich Skigebietes wandern. Aber das kommt schon noch. Tja, das wird diese ganz arg spezifischen Wegweiser mit 28 Minuten zum Heuerhaus. Das geht zwar weiter. Das ist ein Funpark, da hat man sicher Fun. Da kannst du dir anschauen, was du im Winter deine Tricks machen wirst. Jetzt ist es noch ein Bewegungspark, schau. Weg ist auf, weiter. Okay. Spannend, was das alles sein wird. Ah ja. Flatter im Wald. Mit zwei Füßen draufstehen ist eine Fahrt. Das ist ja noch leichter. Ja, das ist ja noch leichter. Der ist ja gemein. Die sind schon schwierig. Jetzt wird die doch angelockt, oder? Ja, das ist ja angelockt. Ich weiß nicht, was da ist. Na ja, also wir sind da auf jeden Fall bei der nächsten Werkstation. Und was sagst du zu dem Bewegungsparkour? Ja, super. Einmal eine lustige Abwechslung. Ja, Milchkanne wollen wir aber nicht, oder? Nein. Wir wollen rauf. Wie Asriel ganz richtig bemerkt hat, da oben ist die nächste Bude. Und das ist das Hallerhaus. Da oben könnten wir jetzt aber schon ein kleines Knie rausmachen. Wir können auch nicht mehr rausmachen. Schau, freist du jetzt aber. In vier Dreiviertelstunden. Niederwechsel in eineinhalb Stunden. Steinerne Stiege, 20 Minuten. Da machen wir jetzt eine Pause, oder? Da machen wir jetzt eine Pause, hätte ich gesagt. Gehen wir auch eins von diesem Band nicht, oder? Ja, okay. Mit so einer Aussicht, lässt er sich gut rasten, oder? Almfest Frühschoppen mit Livemusik. Nimm zwei. Nimm zwei ist super, die kann man lutschen. Aber ich glaube, da kann man auch rauf, weil da habe ich nämlich eine Markierung erspäht. Tatsächlich. Na schon. Und ich höre die Steinerne Stiege bloß über den Namen. Der ist sowas drin. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So was lange wird, wird endlich gut, weil da sieht man jetzt nicht zum ersten Mal das eigentliche Gipfelziel von heute. Der Niederwechselrack da vor uns auf, der unscheinbare Hülle da. Schau mal, der Umi. Da kann man sich glauben. Man hätte sich so schon an den Weg gewöhnt. Jetzt aber. Niederwechsel in 30 Minuten, Hochwechsel in eineinhalb Stunden. Na bitte. 30 Minuten klingt vernünftig. Da ist jetzt ein super Abschnitt. Schauen wir mal zurück. Ja, super. Sehr cool, gell? Ja, super. Ja. 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 Das war eine Entgegen, ja? Diesmal klappt es, wenn es einen Untergang ist. Das hat er jetzt einfach geschafft, ja. Da vorne ist der Schutthofen. Guck mal, Oswald, den letzten Meter. Ja, aus ist mit der Sonne, leider Gottes. Trotzdem bergfrei vom Niederwechsel. Drüben sieht man jetzt Hochwechsel, Wetterkoglerhaus. Schön, weil umschusslich im Hintergrund noch zu erkennen, der Schneeberg. Und mit der Sonne ist es aus, da kann ich maximal noch das Verschwinden der Sonne zeigen. Also ein paar Momente am Gipfel haben wir für eine kleine Rast. Ich glaube, recht viel Zeit werden wir uns nicht lassen. Ich werde vielleicht Zeitraffer nehmen. Schau, da sieht man auch sehr schön, oben durchs Eis die Regenbogenfärbung. Ja, unwirtlich ist es worden. Viel langsam aber sicher, wir müssen wieder einen Abstieg machen. Und diesmal auf einem anderen Weg zurück. So gut zurück, vor hau, nach oben zurück. Ne, wo hinten wegschau'n? Ja, Niederwechsel, 30 Minuten, da kommen wir her. So, da gehen wir jetzt durch bei der Feuerrauer-Schweig. Im Irrgarten steinere Stiege in 30 Minuten da hoch. Aufhe? Ja, wollen wir nicht mehr. Aufhe ist langweilig, oder? Studentenkreuz, Mönchkirchen, 2 Stunden. Was, was er heute nicht mit hat? Nein. Ein Hirnbieren. Das ist aber schade. Den habe ich vergessen. Tja, Asraël, Asraël, wo soll das noch enden? Also Asraël wird mich heute bei der Beleuchtung unseres Abstiegs nicht unterstützen können. Es macht nichts, ihr werdet auch so nichts sehen. Jetzt mit dem Wald wird noch nichts, aber aus dem Wind sind wir hier außen, gell? Ja, da wird die Jacke fast drauf, oder? So ein Pech. Schöne, da ist ja noch eine Hütte. Ja, was ist denn das für eine? Ja. 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 Das hat übrigens einen riesen Vorteil, wenn wir in die Richtung gehen, weil da sehen wir nicht, wie uns das Unwetter verfolgt. Da vorne droht der Gegenanstieg, doch, zum Glück ist das nicht wahr, weil da zeugt es nicht, ich habe auch einen Steig. Na schau, die nächste vor Straßenkreuzheim. Die Kamera sieht inzwischen wenig ausreichend, zum Glück noch etwas. Wie hast du das noch erkannt? Den Himmel sieht man da schön. Na, was ist immer noch vom Wetter her? Vom Wetter holt es aus, ja. Magst du vielleicht nicht mehr gehen? Wir haben deinen Insektenteil haben lassen, sagst du. Mönnigkirchen in einer Stunde 40, sehr gut. Tatsächlich. Ja. Studentenkreuz. Also beim Studentenkreuz, da nicht zu Mönnigkirchener Schwäck, sondern direkt nach Mönnigkirchen schau mal. Ja, das wären ein paar Kalorien auf der Seite. Das sind sicher ein paar Kalorien, ja. Wobei, wenn du das Maul aufmachst, dann fliegen da die Insekten rein, dann musst du dich wieder abziehen. Abzweigung zum Studentenkreuz, Wetterkogler aus und auf der anderen Seite ist mehr oder weniger der Skibistenaufstieg. Asriel, woran erkennt man, dass du am Berg warst? Was schaut so heruntergekommen aus? Wir sind also tatsächlich wieder heruntergekommen vom Niederwechsel, stehen da am Parkplatz in Mönchirchen. Windig ist, wir haben es geschafft, das Sonnetail ist nicht gekommen. Gibt es von deiner Seite irgendwas zu sagen? Nein. Ist sprachlos? Bist sprachlos? Günstig. Sehr gut. Ja, dann hat es eigentlich nicht mehr. Ich war dabei. Du bist aus, weil dann vielleicht sieht das ja bei einer anderen Tour. Jede Bewegung, die nicht in einer anderen Schlafnahme oder der Fortpanzang ist, ist unnötig. Wie der Spruch ohne Vater. Der ist übrigens dran verreckt an dem Spruch. Ja, vorhin auf, wie der Bär ruft, was er schreit. Bleib zusammen!